Die industrielle Biotechnologie beantwortet viele drängende Fragen unserer Zeit. Sie steht für neue umweltfreundliche Technologien, mit denen hochwertige und wertvolle Produkte beim minimalen Energieeinsatz hergestellt werden. Produkte, die unser Leben erleichtern und Technologien, die dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen. Das 2010 gegründete Austrian Center of Industrial Biotechnology, kurz ACIP, ist Österreichs Kompetenzzentrum für industrielle Biotechnologie. Standorte in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien sowie Partnerschaften in mehr als 30 Ländern machen das ACIP zu einem international anerkannten Forschungszentrum. Wir bringen universitäres Wissen in die Industrie, in die Wirtschaft. Unsere über 200 Forscherinnen und Forscher entwickeln neue Produkte, ersetzen alte Prozesse durch neue umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Verfahren und erschließen neue Rohstoffquellen. Das ACIP ist ein Netzwerk von mehr als 80 Projektpartnern, darunter die innovativsten Industriegrößen, die weltweit tätig sind. Eigentümer und wissenschaftliche Impulsgeber sind die Universität für Bodenkultur Wien, die TU Graz, die Universitäten Innsbruck und Graz sowie Johanneum Research. In unserer Forschung wenden wir Konzepte und Methoden der Natur an, um innovative Prozesse zu designen und umzusetzen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, das menschliche Leben zu vereinfachen und zu verbessern. Die ACIP-Forschung sorgt laufend für Furore, etwa mit einer Methode Kunststoffflaschen zu wertvollen Rohstoffen zu machen oder mit Enzymen, die im weltweit ersten Biolack giftige Schwermetalle ersetzen. Dank eines neuen ACIP-Verfahrens in der organischen Synthesechemie wird das Klimagaskohlendioxid zum Baustein für hochwertige Chemikalien. ACIP ist an vorderster Front beim Entwickeln von Biotreibstoffen der zweiten Generation aus landwirtschaftlichen Abfällen beteiligt. Mit der Sequenzierung des Genoms des chinesischen Hamsters eröffnet ACIP neue Möglichkeiten beim Herstellen hochwertiger Pharmazeutika. der zweiten Projekt ist an Taoden von Biotreibstoffen der Technik-Verfahren, die aus der DAS- en Taoden kaputtgefahren wurden. der nächste Rei der Technik-Verfahren ist in der Technik-Verfahren, die in der